Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Auch heute wieder schönes, spannendes Thema, was ich auch finde, was sehr interessant ist. Interessant insbesondere für alle die, die sich sozusagen mit dem Gedanken tragen, jetzt neue Schuhe zu kaufen für die ganz, ganz kleinen. Für die Bambinis, für die Laufanfänger, für die kleinen Wuselzwerge, wo man also wirklich sagt, jetzt fängt es an, der Knoten ist geplatzt, mein Kind läuft. Selbst wenn noch nicht freihändig, aber es will sich bewegen und dem will ich als Mama oder Papa und Elternteil sowieso gerne Rechnung tragen. Dazu hole ich mir wieder meinen kleinen Assistentenfuß, weil es geht nämlich also diesmal direkt um die kleinen Babyfüße. Man muss natürlich betonen und auch immer wieder sagen, der kleine kindliche Babyfuß, Kleinkinderfuß, und da rede ich immer von dem Fuß im Alter von 0 bis 3 Jahren, ist halt nicht mit einem Erwachsenenfuß vergleichbar. Man merkt es auch schon am Aufbau, wir sehen es immer jeden Tag, da ist der Fuß noch schön eingepackt in den sogenannten Babyspeck. Aber auch das ist nicht nur die einzige Besonderheit, die der Fuß sozusagen anders hat als wir Erwachsenen, auch wenn er so rein optisch doch relativ gleich ausschaut. Aber der Fuß, der Babyfuß, der Kinderfuß hat noch sogenannte Wachstumsfugen. Das heißt also, das was wir hier haben, unsere Knochen sind schon da, haben aber zwischen den Gelenken noch relativ weiche Elemente, nämlich so mit Knorpel versetzte Knochen, und die sind noch nicht ausgehärtet. Das heißt, auch damit ist der Kinderfuß noch nicht so schmerzempfindlich, wie wir es vielleicht gleich empfinden würden. Das ist ja auch immer diese Besonderheit, wenn Kinder über einen Kieselsteinweg laufen können, wo wir Erwachsene immer scha, 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 hu, machen, ja, die Kinder laufen da drüber, patsch, 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 und nichts passiert. Das liegt zum anderen auch mit daran, weil die auch nicht nur hier oben eine leichte Speckschicht haben, sondern eben halt auch hier so einen kleinen Puffer auch nochmal, das ist, lassen Sie es zwei, drei Millimeter dick sein, das ist nochmal so eine kleine Speckschicht, die die Natur sozusagen eingerichtet hat. Das verschwindet natürlich mit der Zeit, genauso wie die Wachstumsfugen im Fuß selber, im Fuß, im Knochengerüst. Das heißt, je älter das Kind wird, desto mehr verknöschert sozusagen das Skelett, was es ja auch ist, genau, und wir empfinden auch deutlicher und mehr Schmerz. Trotzdem tragen wir, wenn wir jetzt Schuhe kaufen, dem Kinderfuß von der Optik her, von der Passform, von der Breite her, bitte immer Rechnung. Achtet drauf, dass die Weite des Fußes mit der Breite des Schuhes übereinstimmt. Also ich muss ja wirklich sagen, wir haben hier schon in unserem Geschäft die dollsten Dinge erlebt, dass ich sag mal, ein solches Füßchen hier mit dem Auftritt in einen Schuh gepresst wurde, der gerade mal so breit war. Da fehlte also ein ganzer Zentimeter rechts wie links. Und dann muss ich mich natürlich fragen, sieht man das als Mama nicht, dass der Fuß in dem Schuh dann ganz anders drin stecken muss, als wie er so in Natura gegeben ist? Also, wichtig ist, ich habe auch noch mal mit Bilder fertig gemacht, wo wir das noch mal mit zeigen, von klein bis auf groß. Die werden dann sozusagen jetzt mit eingespielt. Und dann kann man sich das auch gleich mal ein bisschen verinnerlichen, warum Kinder zum Beispiel unschwer Aua sagen, wenn wir hier Schuhe probieren. Sobald sie älter sind und sich artikulieren können, merken sie aber sehr wohl den Unterschied zwischen ausgelatschten Schuh und auf einmal nägelnagelneuen Schuh, der also schon mal ein bisschen mehr anliegt. Das hat also alles seine Ursache. Und ich denke mal, das ist eine sehr interessante Tatsache, die man also zukünftig nicht so ganz außer Acht lassen sollte. In diesem Sinne, schützt euch vor Fehlkäufen, informiert euch vorher, schaut euch das Ganze in Ruhe an. Und ich denke mal, der Kinderfuß wird es euch danken, weil den oder die Füße brauchen wir ja noch ein ganzes Leben lang. In diesem Sinne, es hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf ein nächstes Mal und man sieht sich.